Enciero, auch bekannt als Stierlauf, ist eine Tradition, die sowohl Einheimische als auch Touristen aus aller Welt anzieht. Während dieser Läufe riskieren die Teilnehmer freiwillig, vor den auf die geschlossenen Straßen der Stadt losgelassenen Stieren zu fliehen. Obwohl solche Läufe in vielen Teilen der Welt stattfinden, wie in Portugal, Mexiko oder Südfrankreich, ist das bekannteste und prestigeträchtigste Enciero in der spanischen Stadt Pamplona. Mehr über dieses und andere ungewöhnliche Attraktionen erfährst du in der neuen Folge auf dem YouTube-Kanal Top1010.